Bei OLX gibt es hochwertige Produkte zu einem guten Preis. Von privaten Verkäufer. Grüezi, kommen wir doch rein. Das Bett ist noch deinem Tag. Super zu sagen. Es federt einfach immer noch. Dann habe ich mir gedacht, ich kann mich einfach mal ein Bett mit zwei Madrasen. Aber ich sage, das ist gar nichts. Es rutscht immer rein in die Spalte rein. Und das ist es. Zum Glück in OLX. Probier's doch auch mal.